Und sozusagen zur Feier des Tages wollte ich gerne wieder ein Kochvideo machen und zwar heute, ja, einen Kuchen und zwar, oder eher eine Porte Ja, schon ist er fertig Euer Rhabarber-Orangen-Salat auf Blattspinat mit Baranuss Parmesan Pause So, gleich mal kosten Super Moin Leute, heute habe ich wieder einen schönen Wunsch und zwar ist er diesmal von Sören Sonnengard Nonnengard Moin Leute, heute würde ich gerne mal ein Rezept Das wäre die perfekte Zeit, um ein paar Salatrezepte auszuprobieren und zwar gab es einen schönen Wunsch von Xani XP Xani LP Denn hier unten machen wir jetzt den den Boden voller Sesam Ich habe ihr eine schöne Rezeptidee und zwar von dem Padawan-Mädchen und sie wollte gerne Würzfleisch haben Ja, das ist wieder Sonnengericht, wo ganz viele wieder aufschreien und sagen Oh mein Gott, ein Veganer macht ein Vegansgericht Oh mein Gott, ein Veganer macht ein Vegansgericht Oh mein Gott, ein Veganer macht ein Vegansgericht Hi Leute, heute wollte ich gerne ein Dessert machen Und zwar gab es da einen Wunsch von Erin Yara Und zwar wollte sie einen Wunsch haben Sie wollte einen Wunsch haben mit... Moin Leute, heute gibt es wieder einen schönen Raum und Licht Heute würde ich gerne mal ein Rezept drauf verbinden, was es eigentlich schon länger gibt Nämlich veganes Meth Veganes Crystal Meth Egal welches Mehl, deswegen... Oder ich hatte mal weiße Gemüseklöße gemacht Dazu vielleicht noch den Seitan Rollbraten Und ihr habt ein wirklich hausmannsköstliches Gericht Und zwar werde ich die mit ganz einfachen Mitteln machen In dem Fall halt mit einem Brett und einem Messer Da gibt es ja eigentlich richtig Spätzle Brett dafür und Spätzle Schaber Spätzle Schaber Heute gibt es wieder einen schönen Rezeptbunsch Es hat sich nämlich die Lisa 224224 etwas gewünscht Und zwar... So, das Ganze einfach zu den Reißwaffeln dazugehen Meine Augen in Tränen... Au! Au! Und Kekse verzeihen das ja eigentlich auch Wenn man da ein bisschen mehr oder weniger Mehl oder was im Auge hat Und zwar werde ich die mit ganz einfachen Mitteln machen Und zwar einfach mit dem Brennt... Mit dem Brennt... Mit dem Brennt... Wie ist's? So, und fertig ist euer indisches Mörn Curry mit... Mit M So, zu dem Reiß kommt jetzt die Flüssigkeit ins Auge Dann habe ich noch eine Meere... Eine Meere... Hi Leute! Ja, endlich ist die Küche da Und... 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 Ja, wirklich Bratensauce ist es allerdings nicht Denn dazu gehört eigentlich ein Braten dazu Aber im Grunde geht's darum... Und ich dachte... Da wäre es Zeit, gleich mal die ersten Salatrezepte auszuprobieren Und zwar gab es einen Zöhn... Einen Zöhn... Einen Zöhn-Wunsch Moin Leute! Heute für die gibt's... So, es sieht schon mal so ein bisschen aus wie veganes... Äh... Okay... Es sieht schon mal aus wie veganes Mett... Mehl... Egal welches... Deswegen habe ich hier... Ähm... Mist... Deswegen habe ich Mist... Und ca. 5 Pülse... Pülse... Und die werde ich mit ganz einfachen Mitteln machen... In dem Fall mit Brett und Messer... Andersrum... Brett und Messer... So... Hi Leute! Es gab wieder eine schöne Rezeptidee... Und zwar diesmal von... Yeti... Er... Ja... Äh... Hallo? Moin Leute! Ich habe ja schon ziemlich lange keinen Aufstrich mehr gemacht... Und mein Auge juckt... Mmm... So... Damit kann ich jetzt super... Ein paar kleine Buletten formen... Und die einfach in das... Kalte Fett legen... Mist... Und ja... Sozusagen... Zur Feier des Tages... Wollte ich heute ein Kochvideo machen... Und zwar... Juuu... So... Wenn das Ganze eine Viertelstunde gekocht hat... Dann könnt ihr... Pülsen... Laut Pilzbuch ist da Riesen, wo wir es meist auf Obstvie... Obstfiesen... Auf fiesen Obst bieten... So... Vom Aussehen her sind die schonmal total geil geworden... Geil... Moin Leute! Heute habe ich wieder was sehr Leckeres für euch... Und zwar... Allerdings... Geht es ja hauptsächlich darum... Dass man... Äh... Genügend Rest... Restarum... Und wie ich das hundertprozentig mache... Weiß ich noch nicht ganz... Beim Teig auf jeden Fall... Bitte Kühlschwein angehen... Danke fürs Zuschauen... Bis zum nächsten mal... Tschöööööö... Ich esse jetzt passengers Bulletin... Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.